Hatte ich ne gute Runde, soweit ich mich erinnern kann. Uhu, ich bin die Knistertante. Guck mal, hier hat sich jemand erschrocken. Zack, hat's er aufs Maul gekriegt. Okay. Ah, du bist meine Besessenheit. Dich will ich mir eigentlich aufheben bis zum Schluss. Ah, mit drin hab ich auch wieder kein Barbecue. Okay. Die kam mir entgegen und ist noch umgedreht. Kate! Kate! Beklatscht. Manchmal hab ich das Gefühl, das Schwert hat ne längere Reichweite als die anderen Waffen. Aber dürfte es nicht haben. Geh nochmal in die Richtung. Wieso kann sie viermal da durch? Ich... War das... Das eine zählte noch nicht als Jagd, ne? Hä? MINDGAMES Aber die RINNMINDGAMES hab ich noch gar nicht ausgepackt. Einfach stehen bleiben. Fällt mir grad so so ein bisschen... Wenn man irgendwo hingeht und jemanden sucht. Einfach stehen bleiben. Oh Mädel, du musst auch weg gehen. MINDGAMES Bist du gesehen? Bist du. Bist du. Bist du. Bei dir. Bist du. Bist du. Bist du. Bist du. ich habe daneben gehauen ich habe die getriggert gehabt sie hat gedacht ich täusche an ein Rinn ist halt so ein Mindgame-Killer und ich bin ganz ehrlich ich kann das auch noch nicht so top mit Rinn zum Anfang war das noch relativ easy das Antäuschen mittlerweile ist das schon recht schwer ich habe ja auch noch Ruin dabei mein Gott das war jetzt Glück ich habe gedacht die ist woanders hingelaufen weil ich die Spuren auch nicht mehr gesehen hab ich gehe hinten mal nochmal gucken aus alter noch fünf Generatoren das ist ein Traum gefühlt muss jeder von denen noch einmal hängen schön am Arsch gekrapscht so wie Rinn die Finger hält am Polo hochgehoben so sieht es aus oh die erste Person ist tot so ich doch in viel Ach, Kate Ah, jetzt ist sie abgehauen, ok Da hat sie gecheckt, dass ich sie verarscht hab Also nicht verarscht hab, da ich wirklich geportet bin Was machen die anderen beiden Schnecken eigentlich? Hm, Rinn-OP? I don't know, I think so Rinn is very OP Nerf them please Rinn-OP 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 Boah, noch erwischt. Nice. Na gut, jetzt kann ich auf Hass scheißen. Okay. Und ran da. Das ist auch down. Boah, ich hab keinen Plan, wo die Luke ist. Full Team Wipe mit drin. Ich hab hier hinten noch eine Palette. Oh, sie wiggelt nicht. Ich hab aber keinen Bock, die Luke mit ihr zu suchen. Geht mir die Luke. Ich will die Punkte. Schade. Nun gut. Niemand ist entkommen. Spuk auf maximal. Nice. Gigi. Gigi. Schade. Schade. Schade.